Ob man hier noch was zu trinken kriegt? Sagen Sie, wie lange das dauert noch? Wann zieht ihr Personal im Bett? Wir haben zehn nach drei Uhr morgens. Ich weiß, wie spät es ist. Aber bitte, wir alle mischen früh auf morgen wieder Haare. Eigentlich sagen, ich nicht. Ich kann morgen den ganzen Tag ausschlafen. Entschuldigung. Na ja, Entschuldigung. Es gibt für mich nur einen, der sich ungewöhnlich verhält. Barg? Ja. Er ist aufgeregt, verstört. Fast exaltiert. Das stimmt, ja. Aber es geht um seinen Sohn. Das ist seine Angst. Ist er noch oben? Ja. Er hat einen Weinkramp. Er weint? Mhm. Das sind Freunde. Offenbar sehr gute sogar. Es trifft ja auch auf ihn zu, was er da selber gesagt hat. Er sagt, jeder von uns kommt in Frage. Er beschreibt die Situation sehr gut. Die allgemeine Ausgelassenheit, die bei ihm besonders groß war. Sein Tanz? Er hat mit ihr getanzt. Die beiden. Alleine. Alter, geiler Bock. Das war's.